In diesen 16 Jahren haben Sie noch nie in eine 38er Größe reingepasst. Doch, Helbert, die kann unmöglich so in der Stadt rumlaufen. Wieso nicht? Das müssen Sie ändern, denn die ist nicht glücklich und die Stadt ist es auch nicht. Und von der Ware will ich gar nicht reden. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, Sie haben zugelegt. Bitte? Carsten. Carsten! Du hast gewusst, dass du keinen Führerschein mehr hast. Und dass Carsten seine Reise braucht, um sich mal die Hörner abzuschloßen. Das wusste ich nicht. Umso schlimmer! Hätten Sie nur was dagegen, wenn ich Kratzer zusätzlich im Senkersgebiet vertrete? Frauen wollen betrogen werden. Hast du ein Problem damit? Und wenn ich das Teil hochhalte und sie überzeugt ist, mit welchen Teilen man das kombinieren muss und ordern will, dann fragst du... Papa, ich will da nicht mit rein. Dann fragst du... Wollen Sie fünf? Da reichen nur drei. Und das Ganze mit einem Lächeln. Glaubst du an den Scheiß? Eins. Alles in Ordnung. Ich hab mich verliebt. Nein! Und deinen Kollegen. Papa, hörst du auf? Keiner Ernst! Ich hab dein Ausbildungskonto beplündet. Zum Himmel! Bleib doch mal stehen! Mein Gott, warum hört denn hier keiner auf mich? Wir sind pleite. Mein Gott, mein Gott, der ist es heftig. Danke. Danke. Dinge. Danke. 泫 funcionar.